Norddeutscher Rundfunk 2021 Soldatinnen! Sie müssen perfekt sein. Es reicht nicht, dass Sie einfach nur gut sind. Sie tragen die Bürde, es besser zu machen. Stehen Sie stramm, Ladies! Wir brauchen hier Frauen, die um Ihr Überleben kämpfen mussten. Ich gebe Ihnen mein Bestes. Und Sie geben mir Ihrs. Es gibt viele, die nicht wollen, dass wir erfolgreich sind. Wir haben am meisten zu beweisen. Willkommen im Frauen-Army-Korps! Willkommen im Frauen-Army-Korps!